... Die anderen müssen laufen, parallel zu der anderen auch. Vor allem die können ja auch laufen. Ja, eben muss ich auch sagen. Die andere haben die Gäste. Ah, stopp! Hier Maximum Dach. Ja, das ist ja voll zu verpacken. Jetzt muss ich trinken jetzt an die Beine. Ja. Ja, stimmt so. Ja, stimmt so. Ja, in der Kleine darfst du es machen. Warte, ja. Wie war das? Stimmt. Ah, die Kleine steht. Ich habe mich überlegt, was hier liegt. Warte, warte, warte. Ich habe die Texte gemacht, nicht an der 없estere Tse überfällt, er ist nicht der glitter voll Butter. Nur für Fasch living... Welche Steins? Hing. Das ist noch einer, denn das ist noch einer. Hände, Hände, Hände machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 In den Nasenkönchen gehen. Pass auf, pass auf, pass auf. Welcher ist der Mangerbär? Da. Der ist also von Lukas. Gehört? Dann fahren wir also von Lukas. Die Röfe weggejagt. Nein, das ist ein Fack mit dir. Ja, das ist ein Fack mit dir. Ja, das ist ein Fack. Ja, das ist ein Fack. Es ist ein Fack mit dir. Ich glaube, das ist ein Fack. Ich habe es nicht über einen Fack mit dem Kopf. Ja. So schau dir das. Sag jetzt bitte, dass du mal wieder. Gefläge. 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 Lass mich nicht. Lass auf, wenn der da aufhört. Ich halte ihn fest. Na, das tut man nicht. Ich wühle es mal. Er bürfte auf den Riesenkriegs. Dann ist der Aachen weg. Man tut sie da nicht hinsetzen. Da steht nicht. Rücken sie nicht, mein Fall. Und sogar haben wir noch Bären. Und welcher ist der Babybär? Der ist der Babybär. Die sind große Bären, gell? Der haben nicht richtig laufen.